Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute, das seht ihr schon, wird es recht mathematisch. Keine Sorge, wenn ihr das Video jetzt nicht ganz versteht, dann versteht ihr einfach nur nicht, wie der Gradientenabstieg funktioniert. Aber ihr solltet trotzdem kurz noch dabei bleiben, damit ihr versteht, was der Gradientenabstieg ist. Und zwar befinden wir uns beim Gradientenabstieg wieder mal bei der Fehlerminimierung. Wir wollen nämlich den Fehler, hier Error oder E genannt, den wollen wir minimieren. Und das kann man mit dem Gradientenabstieg machen. Und der Gradientenabstieg ist im Prinzip diese Formel hier. Ich habe nachher auch noch eine schöne Grafik für euch, wo das Ganze besser dargestellt ist als mit diesen Formeln. Aber noch ganz kurz, was wir hierbei machen, ist folgendes. Wir berechnen von einer gewissen Hypothese H, das heißt einer Annahme, dass meine Daten irgendetwas erfüllen. Also zum Beispiel, dass mein gegebenes Dings hier ein Smartphone ist. Das ist eine Hypothese und diese Hypothese nimmt natürlich wieder mal diese, die wir schon die ganze Zeit gesagt hatten, die ganzen Attribute. Also A ist jetzt nicht nur ein Attribut, sondern A sind einfach alle Attribute. Also A1 bis AN stecken hier drin. Und wenn wir diese Daten A in meine Hypothese reinstopfen, dann sehen wir, was dabei rauskommt. Zum Beispiel Smartphone oder Clubhandy oder wie oder was. Und der Error ist jetzt zum Beispiel, äh was heißt zum Beispiel, ist die Funktion, die mir angibt, wie falsch ich mit dieser Hypothese liege. Da brauche ich dann natürlich für mein A auch gleichzeitig das, was es tatsächlich ist. So und ja, das hier beschreibt einfach nur, dass es sich hierbei um die Steigung handelt oder ja, Steigung im Prinzip. Genau, was wir hier machen, wir berechnen die Ableitung von unserer Fehlerfunktion. Also ihr erinnert euch an letztes Mal, ähm wo habe ich es, wir haben hier die Ableitung, äh die Fehlerfunktion war dieses komische Teilchen hier. Also wir gehen erstmal so runter und dann gehen wir wieder hoch und wieder runter und wieder hoch, ja. Und jetzt können wir natürlich wie immer die Fehlerfunktion minimieren, indem wir einfach die Ableitung berechnen. Das heißt, wie stark steigt mein Fehler oder fällt mein Fehler jetzt gerade auf den Daten. Also hier wäre die Ableitung negativ, denn unsere Funktion fällt ja, hier wäre sie positiv und hier wäre sie wieder negativ, hier wieder positiv. So und diese Ableitung zu berechnen ist leider nicht ganz so einfach, weil wir nicht eine normale Funktion haben, die nur von einem Parameter, nämlich dem hier auf der x-Achse abhängt, sondern wir haben eine Funktion, die n-dimensional ist, also unendlich groß im Prinzip. Nicht unendlich, aber beliebig groß. Sie kann auch mal tausend Dimensionen haben, also sprich tausend Parameter und wir haben hier gerade mal einen einzigen jetzt, den wir dargestellt haben. Okay, schauen wir uns also diese Ableitung hier drin mal an. Im Prinzip ist das die Ableitung für diese Fehlerfunktion hier draußen. Und die wird eben mit diesem komischen, keine Ahnung, Delta ist es nicht unbedingt, ähm egal. Auf jeden Fall mit diesem komischen Zeichen hier dargestellt. Okay, ähm, innen drin, was es dann tatsächlich ist, es sind einfach eine Sammlung von Funktionen im Prinzip, ähm, und zwar von n verschiedenen Funktionen. Also hier ist eine Funktion, das hier vorne bis zum Komma, dann kommen noch ein Haufen Funktionen und dann haben wir irgendwann die n-te Funktion. Ha, n-te. Okay, ähm, wir haben also eine Ableitung erst nach dem ersten Parameter, das heißt wir leiten nach x ab zum Beispiel, dann leiten wir nach y ab, dann leiten wir nach z ab und dann nach a, b, c und so weiter und so fort. Und das tausendmal. Aber man kann natürlich immer nur nach einem einzigen Parameter ableiten und das ist das, was hier steht. Das heißt, ähm, wenn eure Funktion nur von einem Parameter abhängt, so wie wir es hier dargestellt haben, dann ist das einfach die normale Steigungsfunktion oder Ableitung, die ihr schon aus der Schule kennt. Wohingegen, wenn ihr mehr Parameter habt, dann sind da halt mehrere Funktionen drin. Einmal die Steigung in x-Richtung, einmal die Steigung in y-Richtung, einmal die Steigung in z-Richtung und so weiter und so fort. Okay, so, und was man dann macht, ist folgendes. Man sagt einfach, ich hätte ganz gerne mir eine Änderung meiner Attribute berechnet. Diese Änderung meiner Attribute, so wie ich sie ändern müsste, damit mein Fehler möglichst klein wird, die befindet sich hier mit eben dieser Steigung. Das heißt, wir sagen hier, also wir bekommen hier natürlich auch wieder n Stellen raus, ja. Und n Stellen können wir natürlich auch wieder auf unser A reinrechnen, denn A hat ja auch n Stellen. A ist ja ein Vektor sozusagen mit n Stellen. n ist dann zum Beispiel die Zahl 4, wenn ihr nochmal an das Smartphone-Beispiel von letztem Video denkt. Und diese n Stellen hier, die können wir wieder zuweisen, indem wir einfach sagen, okay, ich nehme jetzt mein A und stopfe das wieder hier rein. Also mein ganz spezifisches A stopfe ich wieder in meine Hypothese rein und berechne alle diese n Funktionen. Dann kommt hier auch wieder aus diesem Delta E von H von A kommt auch wieder ein Vektor mit n Stellen raus. Nämlich in den ersten setze ich einfach hier, also das erste ist ja meine Ableitung nach dem ersten A, nach dem ersten Attribut. Das zweite ist meine Ableitung nach dem zweiten Attribut und so weiter. Und wenn ich da jeweils was einsetze, dann kommt da natürlich auch wieder ein Wert raus. Das heißt, ihr habt hier am Ende, wenn ihr hier einfach wieder was einsetzt, habt ihr auch wieder einen Vektor mit n Stellen, zum Beispiel 4 Stellen. Und dieses µ hier vorne, das ist die Lernrate. Das heißt, ihr sagt, okay, ich hätte ganz gerne meine Lernrate auf, keine Ahnung, 10 gestellt oder sowas. Dann setzt ihr hier halt einen Faktor 10 vorne dran und dadurch steigt oder fällt das relativ krass. Da müsst ihr einfach ein bisschen mit rumspielen mit der Lernrate und je nachdem lernen wir dann halt schneller. Aber es kann sein, dass wir die optimale Lösung überspringen. Ich zeige es ganz kurz nochmal. Wenn die Lernrate zu groß ist, dann springen wir von hier. Ich glaube, ich zoome hier mal noch ein bisschen ran. So, dann springen wir hier runter, aber wir springen nicht direkt so, wie wir es erwarten würden, nur einen ganz kleinen Schritt. Sondern wir springen, wenn die Lernrate zu groß ist, einfach mal so einen Schritt. Und wenn wir die Lernrate viel zu groß setzen, dann springen wir einfach so einen Schritt. Und dann sind wir hier und unser Optimum haben da verpasst. Deswegen darf die Lernrate nicht zu groß sein, aber natürlich will man sie auch nicht zu klein setzen, denn sonst macht man einfach sowas hier. Also man läuft quasi fast nicht vorwärts und man bewegt sich nur auf der Stelle und nur ganz, 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 ganz langsam erreichen wir dann hier dieses Minimum. Deswegen so eine Balance finden. Am Anfang ist die Lernrate häufig mal groß gewählt und dann wird sie immer kleiner, immer kleiner, damit wir relativ schnell hier nicht drüber springen, sondern das Ding finden. Am Anfang nehmen wir einfach mal an, dass wir relativ schlecht gelernt haben. Okay, so und das ist genau das, was hier steht. Also wir berechnen, wie wir unsere Attribute verändern müssen. Und dann verändern wir unsere Attribute einfach so, wie wir gesagt haben, dass wir sie verändern müssen. Und dann sind wir schon good to go sozusagen. Ich würde euch stark empfehlen, dass ihr dieses Video zum Gradientenabstieg und was da so gerade passiert, nach der Hypothese, also nach dem Concept Learning Teil, den ich jetzt demnächst mal bringen werde, nochmal anguckt. Dann habt ihr ein möglichst gutes Beispiel dabei und könnt euch das vielleicht besser vorstellen. Wie gesagt, das ist ein sehr fortgeschrittenes Video. Eigentlich schon nicht mehr Grundlagen, nur damit ihr versteht, was da so dahinter passiert und wie das alles funktioniert. Aber ein Beispiel, wie gesagt, gibt es am besten, wenn ihr euch den ersten oder den zweiten Teil oder wie auch immer einfach mal anguckt, die erste Miniserie davon und dann mal vergleicht. Okay, habe ich jetzt da gerade einen Gradientenabstieg gemacht und wie sah der genau aus? Okay, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und ja, ich weiß, es war sehr theoretisch heute. Bleibt dabei, nächstes Mal wird es wieder besser und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!